ja hei willkommen mein name ist an die röpe und ich begrüße euch zurück zu let's play tells of baiseria in der ersten folge sind wir noch ein bisschen durch die stadt geeiert haben mit leuten geredet und mit dieser komischen schattengilde ein bisschen herum geschnackt und jetzt sind wir da ist auch wieder irgendwas auf dem weg hier ein paar illegale sachen zu erledigen damit wir informationen über autorius bekommen und ja schön aber ich war ein bisschen abwechslung in diesem part ich habe genug von dieser stadt für das erste wir sind schon seit drei parten noch die liebe güte das war ein wundervolles gesicht ja ja so so Das ist auch sehr gut. Das ist auch sehr gut. Das ist auch sehr gut. Das stimmt. Das ist nur das Thema. Es gibt zwei Freunde. Es ist auch nicht so gut. Es ist auch ein Schwerpunkt. Wenn man sich immer noch ein paar Mal passiert, wenn man sich immer noch ein paar Mal passiert, dann wird der Welt der König sein. Entschuldigung. Ich hoffe, dass der König ist. Der König der König ist. oh gott du kannst du schon mal erwähnt der könig und fürster tor ist die königswerte stützpunkt für die abtei anvertraut glaube eine kirche familie hat das gesamte land vereint schluss nach allen gräulein die wir in folge der dämmung erlebt haben haben wir es nötig an etwas zu glauben ich rede jetzt hier nicht mehr ich will es nur noch die ganzen aus bezeichnenden gespräche führen mein jahr weiter jetzt kann lustig mit jeden einzelnen noch zu reden dort ja schon ein bisschen zu lange für dich also wir sind nur zweitklassige informationen wir bekommen jetzt in jedem gebiet hier wieder neue leute hier aufgetaucht muss jetzt nicht sein wenn wir vorankommen ja habe ich in schwarz gescheitert werden wir sehen jetzt in perez in nominat erschreckt sich auf alle also betet fest am glauben und zweifel war aus ja ich muss mal abwechslung haben weil sie bestimmt schon eine stunde irgendwie so in dieser stadt mehr oder weniger gefangen magi leute sich immer noch nicht alles angeschlossen war heute ist man nicht ja doch da ist mal server card kein ausruf zeichen also nämlich mal mir ist noch nichts mehr war ja ich war wir müssen zum sex sonnhafen zurückgehen und da ein paar kisten zerstören machen mal hat er ist ja ein speicherpunkt ehrlich was Wir sind zu schwach. Das ist natürlich 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 zu schwach. 第 incorporate ist natürlich zu schwach. Wir gehen mit dem Als die��ší dann SI trache vor war nicht da kann ich jetzt hin ですね ich weiß wie er immer weg ist nein daneben doch mein ich er wird was anders außer werdet dafür setzten minor und dann haben wir es mal weil wir eine neue fähigkeit der einpacken habe ich ja beim ding ist reingepackt hier der wort meiner wo ich mir doch mal tauschen nach und vor 12 dann frei war das ist ein gut kombo ich weiß man sollte die andere einsetzen die irgendwie gut gegen einen gegner sind aber da müsste ich ja irgendwie bei jeder gegner gegner mir da hinten ist ein speichert irgendwie meine angriffen neu einsatz hier in mallorca ist auch mal ganz normal haben wir auf dem mehrere mystik art haben hat dann direkt auf den boden werfen dass er da ist lange tut sie direkt auf den boden werfen dass da eigentlich einige leute hier durch was wir machen dann bist du ein feiner warum ist du denn jetzt nach einer hallo angefluss 30 prozent verlieren wir umlaufen oder was weil diese nume siegte arbeit war leider nein doch nicht hallo das ist ein besiegt baula welche feuer da habe ich hier feuer angefangen vorher würden ich lass mich in ruhe doch mal das glaubt nicht leck mich eisen und gehen hier alle auf ihn wenn wir sagen würde auf einmal herkommt ich habe kein ding sein gesetzte und er hat natürlich abgeworfen geil Ja, wie soll ich denn schaffe? Habe ich denn jetzt nur noch einen? Nein, schon. Alter Eisen tut viel zu schnell verreckt, den schafft man nicht. Verarschung, was zum Teufel ist ab für ein Viech, ey, wo kommt er noch mal her? Habe ich noch gefragt, warum er kann es nicht weitergehen? Aber ich kann nicht weitergehen. Noch mal ein, Junge? Ja, ich bin dran. Jetzt den Sie. Ich bin dran. 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 ok hier kann ich nicht auch ehrlich ich kann das jetzt so in verbindung einsetzen kann den angeklassiert mal einsetzen seine machen aber den letzten schlag so viele sachen ja da kann man schon mal sehr gut das zeug ausgezeichnete zwei niederlagen ein sieg ja ja ein flagger sturm crew ein bisschen trainieren habe ich so gefühlt da ist ja gar nicht ich gar nicht gesehen ja auch nicht gesehen eine gute kamuflage hat auch nicht gesehen meine güte da hat er noch alle sachen am auflernen jahre wenn ich umsonst irgendwie kämpfen dann aber mal hier schön kann es der straße tiefes gebiet wie geht man ja noch offen an den bahn da kann ich sowieso nicht weiter habe ich das gefühl 15 genau da wo niemand ist ja na wo niemand ist sie sich schon wieder auf der fangst unter meiner nicht nur noch nicht bekommen da werden wir dann natürlich kann ich mir vorbei der kawa sollte die straße passieren beim dem morgen auf komplett ausgelöscht worden sein da und dieses unglücks wird gerade unter so vielleicht erleben wie es kann euch besser umwerbte die mission machen noch mal wenn so gut durch eine attacke mit der ich jedes mal einen angst einleiten kann ja es ist ja war 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 so ja macht er noch rechtfertig kann sich dann länger gefehlt schuhe und schon für damen bequem gleichzeitig schick sind sie zeichnet 80 8 ok da ist gleich mal aufgehört wird ich wollte schon sagen wenn du keinen anlänger mehr haben wir ein problem wenn schmetterlinge dann wird eine komische pl8 ich sehe nur later dann kann ich noch ein langer klauen haben jetzt mal wenn ich auch wechsel hat er irgendwie nichts zu machen ja ein bisschen spektakulär die ganzen sachen ja ich möchte mal sagen die nächste grad waren schon mal besser so warte mal hier noch für sie nächster man da ist die lieber bekommen haben vorhin nicht elementar schaden reduziert um fünf prozenten ja sehr gut alles was schaden reduziert ist nicht schlecht weil mit den kisten werden wahrscheinlich in dem partner schaffen irgendwie mal kurz von level ab da sind da oben schildkräuter ich bin nicht vorgestellt wie ein eichhörnchen klingt aber okay was auch ein eichhörnchen sein oder wo ist ja so ein fetter gegner ich hatte nie einfach nur kaputt auch man der selbst danach und direkt ein ding ist eine er wird stattdessen vorwärts kommt hat die meisten erfahrung gut absahnt obwohl sie schon level irgendwie weiter entfernt ist okay ist noch im gebiet wo ich hin kann da kann ich nicht hin und genug von oben in das gefühl warum tue mal die restlichen partie noch erst die minuten ja noch kämpfen am besten nicht während ich weil nicht mehr so mehrere gegner auf einmal irgendwo sind habe habe nein verraten verraten ja komm kontakt wer wird so jetzt weg das jungs ein bisschen erfahrung und ja gott wenn man noch mit dem nix mehr allein war bester könnt ihr anderen irgendwas anders ausrüsten gerade naja wenn man das weil du es auch noch nach 60 ja so wenig oder so wenig abwehr einfach nicht wie kann ja eigentlich auf den weg gehen aber okay das muss man sich nicht halten sondern weiß nicht nur einmal ja die ganze zeit werden da kommen wir drücken ob ihr euch feuerring übrigens die ganze zeit wundern brauche ich die seelenbrecher wie blöde einsätze mache ich einfach nur damit ich glaube beschleunige mit dem titel mit die titel ja nach und nach auch noch der welt werden ich weiß nicht bekomme auch titel irgendwie indem ich von den den seelenbrecher so oft einsetzen wie möglich und ja deswegen mache ich dann einfach nur ich hab so ein indirekt ein bisschen beschleunige soll ich jetzt noch so lange kämpfen mit deren level abzureiche jahre erwartet mal ein kochner auto kochner und zwar gibt es irgendwann was mir dings gibt noch mal einfach lieber so gericht irgendwie die mir mehr geld oder so ein brenner hat war dann und ich weiß nicht was ich von den dann oder nicht oder ja 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 er so geil sagen nach schlangen ja ja noch ein kampf namens alle in der blau 2 hat gegessen wie herringer gibt das ja so ein bisschen davon wieder einige sachen hier ausgründig abwiesen kann man sagt nur ein kampf ja auch nie angesprochen dass wir uns beikämpfen wenn die fähigkeit richtig gut aber nicht so normalen kämpfen noch mal ein steinland und lahmleger gut hat gegessen ja nur wenn wir tag gegessen ausgezeichnet da noch ein kampf kommen so 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 Oh, hey, oh, ffff. Oh, hey, oh, ffff. Oh, hey, oh, ffff. Ich bin angefangen, danke. Und ich wusste trotzdem, glaube ich. Nein, mach mal an auf dem Platz. Ja, alle bis auf, wer wird am Anfang des Levels und ja, damit kann ich ordentlich noch ein bisschen offscreen hier hoch trainieren, so titelmäßig und so. Und ich hoffe ja wirklich, jetzt kommt nicht nur irgendeine Katze nur so. Wahrscheinlich, wenn ich da reingehe, also ja. Ich kann ja jetzt in der einen Stadt zurückkehren. Ich habe mich dann hier von dem Hafen fernhalten, also da reinzugehen. Ich werde dann, weiß ich nicht, müssen wir die Titel wieder hoch trainieren, Ausrüstungen und so hochleveln. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Bateria. Hoffentlich wieder. Ja, ich bleibe mich einleitig für Zuschauer und sagt Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bis bald. Ichственный horse establishing Detail darin.